Computer, Digitalkameras, Flachbildschirme. Sie sind aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Wie funktionieren all diese elektronischen Geräte? In ihrem Inneren sorgen Dioden, Transistoren und integrierte Schaltkreise wie Computerchips, Speicherchips und Sensoren dafür, dass sie die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen können. All diese Bauteile haben eines gemeinsam. Sie nutzen Halbleiter. Diese werden durch moderne Werkstofftechniken für die verschiedenen Anwendungen maßgeschneidert. Verschiedene Materialien haben eine unterschiedliche elektrische Leitfähigkeit. Metalle zum Beispiel wie das Kupfer, das als Draht in Kabeln verwendet wird, sind gute elektrische Leiter. Durch sie kann Strom fließen. Die Kunststoffummantelung des Kabels kann keinen Strom leiten. Der Kunststoff ist ein Isolator. Andere Isolatoren sind Glas, Porzellan und auch trockene Luft. Deshalb brauchen Hochspannungsleitungen keine Ummantelung. Es gibt aber auch Stoffe, die in ihrem Verhalten dazwischen liegen. Die Halbleiter. Zum Beispiel Silizium und Germanium. Diese Materialien leiten den elektrischen Strom ein wenig. Wie gut oder wie schlecht sie ihn leiten, das kann man durch geschickte Fertigung beeinflussen. Diepara- напem Presents gut. Wie gut. Wie gut. Vielen Dank.